So, moin! Hier kommt das nächste und auch schon das letzte Kapitel der ersten Episode von Batman, äh, Tale Tale Series. Ja, Alfred ist ein bisschen erzürnt. Schließlich hat ja Batman dem Verlunken im letzten Video den Arm gebrochen. Ist gar nicht zu seiner Arm sein sollte. Das ist ein guter Mann, Bruce. Gut. Just like your parents. Don't lose that. Ich bin nicht ein blöderer Mann auf dem Thema. Aber als Freund, die Bedürfnis auf mich fällt. Ich bin nicht. Ich bin nicht, dass ich mich nicht verlieren kann. Es ist ziemlich verständlich, dass du von dem Weg nachher und wiederholen kannst. So lange kannst du deinen Weg zurück finden. Du schützt die Person, Bruce, aber du schützt die Erinnerung. Manchmal wünsche ich, dass ich es. Das Nacht, das Alley-Way. Es hat mich gemacht, wie ich bin. Ich kann es nicht rausnehmen. Das ist dein Geist und dein Geist. Being Batman kann dich zurückkehren die Tide der Trechern, die diese Stadt erreicht hat. Oder schrauben dich in seine Sorge. Wenn du dein Geist, erinnere dich, warum du all das begonnen hast. Erinnere dich, den Mann in der Alley. Ich werde nicht vergessen. So, endlich. Das Laufwerk ist... ...entschlüsselt, wollte ich sagen. Ist entschlüsselt. Was gibt es jetzt für neue Daten? Es sieht aus, dass der Ecke endlich erinnert. Und in der Mitte, Meier Hill war... ...hier... 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 ...schwe setsig. ...unsonsten Sie einen einfachen mich schemefam? ... Wo würden wir das möglicherweise anfangen? Das ist ein Polis. Es gibt nur einen Mann, den wir glauben, um diese Beobachtung anzuhalten. Lieutenant Gordon. Er könnte die gesamte Beobachtung gegen Falcone mobilisieren. Was ist das Reporter aus der Gazette? Vicky. Ja, Frau Vail. Sie könnte diese Beobachtung anzuhalten. Ich glaube, es kommt an die, die Sie am meisten helfen wollen. Oder, die Sie denken, könnte das am meisten gut machen. Wer soll unsere Vertrauensperson sein? Ich nehme James Gordon. Ich will überhaupt keine Veranlassung sehen, die Welt zu nehmen. Gordon braucht das mehr als der Krieg. Eine wiese Entscheidung, Herr. Wir attacken Falcone auf zwei Seiten heute Abend. Gordon, durch die Polizei. Und Batman. Bei allen Dingen notwendig. Whatever Falcone ist planing, es endet heute Abend. Er ist ein Spider, Bruce. Augen überall. Eine Densewebe von goons, die Sie zu trafen. Keiner hat ihn niemals geschafft. Ich habe noch nicht versucht. Die So. Also Plan. Wir geben G-ähm... Gordon die Unterlagen und werden dann zusammen mit ihm gegen Falcone kämpfen, der jetzt scheinbar unser Gegner ist. Hier stellt sich mir nur gerade die Frage, warum hat Gordon die Unterlagen als Bruce Wayne gibt und nicht direkt als Batman? Wäre ja viel zu auffällig eigentlich, aber... Okay, man hat die Geschichte so geschrieben. Don't get me wrong, I appreciate the hell out of this. I heard you were the last honest man on the force. No need to blow smoke. I got enough cancer coming my way as it is. But thank you. Honestly, knowing this evidence can lock up Falcone. I'll sleep like a goddamn baby. For once. You know, as much as I appreciate you calling me here, I gotta make one thing crystal. I can't be bought. So you should know this isn't going to change a thing about the investigation of your family. The Wayne's always supported the Gotham Police. So I'd like to believe there's no cloaks or daggers hidden in your closet. The investigation isn't the problem, it's the Wayne family name. Help me clear it. If your family's clean, I'll sing it from the rooftops. If they aren't, I'll still sing. You gotta understand, I'm bound to this badge. I gotta go. Came straight from a crime scene, haven't been home yet. Sometimes I think this whole city's a crime scene. We're just walking through it. What you're holding will make walking it much safer. Thanks, Bruce. Well, Lieutenant. Hey, stick to Jim. Oh, and it's weird to see the two friends as well. It doesn't fit. It doesn't fit. Jim. Yeah, Batman and Jim. But no matter. We'll take it here. The Skyline Club. Although you're not dressed for that kind of party. Well, I can always change in the car. So, dann wollen wir uns jetzt mal als Batman wieder auf die Reise bewegen. Ist doch cool, dass wir ein rotes Auto haben, was hier in ein schmerziges Bettkuffins kommen kann. Das hat schon viel Schönes. Und auf geht's zum Skyline Club, der Club, der ja Kony gehört und jetzt werden ja so ein paar Nachforschung angehört, beziehungsweise versucht Falcone gegenüber zu treten. Das ist glaube ich der Plan. So, mit der Brune werden wir jetzt wohl hier die Lage in die Gürtia. Bei dem Gürtia Was ist die Unterschiede zwischen dem Mafia und dem Stadtkanzel? Gibt's, ihr habt auch die gleichenerealinden? Nur eine von ihnen ist organisiert. Oh, du bist süß. So, äh... ...heu'em auch. Nicht mehr oder so. So, na, was suchen wir hier eigentlich? Sollten wir alle Gäste abklappern? Wo ist Nicky? In Lockup. Wieder? Christ, Kimmy. Was haben sie ihn für jetzt? Ein paar Hände an den Docken. Nicky? Nein. Ich glaube, er war ein Hatchet-Mann. Du und ich beide. Nun, hat er ein Alibi? Honey, ich bin immer sein Alibi. Noch mehr Gäste. Alles andere. Schön und einfach mein Arsch. Ich weiß nicht, du verbringst die Nacht. Die ganze Stadt kann es riechen. Aber nach einem wirklichen Club sieht das ja auch nicht aus. Es ist ziemlich wenig los in diesem Club, ne? Aber naja, gut. So, hier muss ich jetzt aber irgendwas noch sagen. Was ist das über was? Über... Über... Überwachungskamera? Kameras. Der gesamte Platz ist unter Verwaltung. Du wirst so schnell, wie du entdeckst. Kein Zeit für Sattelität. Nein. So, dann suchen wir hier irgendwie weiter nach Sachen, die wir anklicken. Oder mit denen wir interagieren können. Oder die wichtig für uns wären. Was ist da? Kunst? Nichts hier. Ja, nix. Ist bloß Kunst. Was haben wir da oben noch? Da war eben noch was. Da... Was war das? Rosensiegel. Okay. Eine rolle Rose nach heute Nacht. So, dann haben wir noch die Tür. So. Na? Ja. Ja, Fein-Tuning. Fein-Steuerung. Das ist die größte schmerzene Tür in dem Gebiet. Okay, ein Angriffsplan. Wie soll jetzt aussehen? So, Mampiosi. Ein paar Optionen, die wir diesen Mann anziehen. Aha. Jetzt könnten wir ihn jetzt hier. Tisch zusammen kombinieren. Irgendwie zum Ausschalten. Das ist eine Möglichkeit. Okay. Also scheinbar muss ich jetzt die Wege finden, die Mampiosi ist hier drin auszuschalten. Muss ich natürlich auch erstmal auf dem Apiosi finden. Hier ist noch einer. Mit der Säule. Nehmen wir mal die Säule. Na? Ich will jetzt hier drauf nicht. Wie soll jetzt? Huh. Hm, okay. Haben wir das? Dann der hier draußen, oder wie? Ja, haben wir das. Oh. Er hat noch zwei Möglichkeiten. Einmal, dass da oben und das Gelände vorliegen. Ich bock erstmal hier oben. Mhm. Schön schön. So. Muss jetzt aber noch irgendwie was geben. Ist noch mehr Mampiosis drin? Ich habe irgendwie vier im Kopf. Ist das der vierte? Ah, da. Okay. So. Noch mal untersuchen. Okay. Welche Ideen? Ich habe es jetzt. Das sind doch jetzt alle vier, oder? Das sind doch jetzt alle vier, oder? Eins, zwei, drei. Scheinbar hat sich der ganz hinten Nummer vier. Hat sich wohl irgendwie die Verbindung gelöst? Wie das aussieht. Wie das aussieht. Ich hoffe, ich da gerade im Moment noch nicht so drauf gekommen bin. So, warte mal. Jetzt kam ich der Sache näher. Mafiosi. Ja, genau. Die müssen wir anders ausschalten. So. Mhm. Sieht schön aus. Ja, sieht gut aus. Ja, sieht gut aus. So, Batman haben jetzt alle. Bruce. Scheinbar. Hast du deinen Plan für den Attacken formuliert? Ich gehe rein. Ich gehe rein. Sehr gut, Sir. Dein Turn, um seine Partie zu kraschen. So, ein bisschen Action jetzt. Denke ich. Ja, Nummer zwei, sehr gut. Nummer drei. Jawoll. Und Nummer vier. Mit der Lampe, ne? Ach Gott. Ah ja, fast. Der Lampe hat ihn jetzt nicht ganz getroffen, aber er ist trotzdem ausgeschaltet. Sehr schön. Damit sind alle hier weg. Und wir könnten jetzt wohl hoch zu Fyponis. Ja, laufen vor der Fledermaus. Laufen davon. Ja. Laufen vor der Fledermaus. Laufen davon. Laufen davon. Aber wie gesagt. Manchmal wirkt es, dass es uns egal ist, ob ich hier tue oder nicht. Es geht irgendwie ja immer weiter. Oh Gott. Das ist keine Pummelchen. Ja. Na. Na. So, jetzt sollen wir ihn treffen. Au. Was? Könnte echt wehgetan haben. Das war schmerzhaft. Einmal winky winky in die Kamera, wa? Ja. Ganz ja ora kann die Nore wie diese nicht mal sieht Wahnsinn! Wow, der ist aber sehr gut ausgerüstet, der Mann. Geht wohl gerne auch nochmal sicher. Benutze X und R2 um einen Abschlusshieb einzusetzen. Okay, das war gerade ein bisschen zu langsam, dass ich das gemacht habe scheinbar. Ich habe auch gar nicht mitbekommen, dass ich das schon machen sollte. Okay, jetzt aber. So, da ist der Punkt. Na, ey. Ja. Das war's wieder nicht. Ich muss mich wieder ein bisschen mehr beeilen und ich muss dann ein bisschen zielsicherer werden. Dann machen wir das Ganze nochmal. So. X, R2. Ja. Jetzt gut zielen und rechtzeitig R2 drücken. Ja. Ja. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Ja. 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 Das ist. Ja. Nein, mit dem... Gotham ist jetzt aufhören! Geh' an, gib ihm ein Show! Ich hab' mich nicht verletzt! Ich hab' jetzt die Wahl zwischen ihn verhabten lassen oder ihn wahrscheinlich herunterwerfen zu können. Und ich hab' mich entschieden, ihn verhaften zu lassen. Spill' es, Falcone, während du es noch kannst. Es sind... die Waynes. Geh' an! Was meinst du? Du willst diese Stadt zu retten? Die Waynes... ... sind die größten Gangsters in Gotham! Ja, das würde ja so gar nicht passen. Aber scheinbar ist ja gerade Batman-Verzinser und muss welchen Weltbilder zerstören. Jetzt müssen wir nur einen von euch herunternehmen! Öffne Feuer! So, sehr gut, wenn du verschwindest. Geht auf! Ja, Abgründe tun sich hier auf! Was ist da los? Wer steckt wirklich hinter dieser ganzen Sache? Wie das dann abgeht mit Bruce Wayne, dem Waynes... äh... Falcone? Man bedenke immer noch... ... dass Oswald Tupplebot noch mitspielt. Welche Rolle er genau hat, wissen wir noch nicht. Was ist da, wenn man über eine 50-Store-Drop ist. Bet Falcone loved that view. Doch ich würde sagen, dass der Crime-Boss getting his ist gut überdue. Falcone hat sich durch die Wahrnehmung für Jahre. Aber nach diesem Dramatischen Arrest, und die Beobachtung von der G.C.P.D.'s Lieutenant Gordon, Falcone ist weg, für ein lange, lange Zeit. Und zu sprechen von kriminellen Anwendungen, das bringt mich an die Geschichte, die jeder spricht. Die Wayne-Familie. Für Generations, die Big W auf der Wayne-Enterprises-Tower war eine Beobachtung. Man wusste, dass es etwas pure ist, in der heart of Gotham. Und die Stadt, für alle ihre Schulden, wurde von guten Leuten gebaut. Aber mit Thomas und Marthas schweizenden Reputation zu questionen, haben wir nicht mehr solche Beobachtungen. Und noch schlimmer, es scheint, dass die Apfel nicht weit von den Tren fallen. Gothams größter Sohn, Bruce Wayne, gesehen hier schweizende Hände mit Carmine Falcone, Ja, ist ein bisschen schade, dass das hier gerade nicht übersetzt wird, aber es geht darum, dass die News verbreitet wird, dass die Vanes in diese Geschäfte verstrickt sind, und auch, dass Bruce Wayne scheinbar genau dasselbe macht. Man bezieht sich dabei auf dieses Bild, wo er Falcone die Hand schüttelt. Ja, und die Ära der Vanes wird so zu Ende gehen, scheinbar. Ja, es sieht nicht gut aus für Batman und Bruce Wayne. Und mit diesem Cliffhanger endet die erste Episode. Was hat jetzt Alfred noch damit zu tun? Es bleibt spannend. Die nächste Episode müsste Anfang September kommen. Hier kommt noch die Auswertung. Ist du Vorfallcoding für HW eingestanden? 62,1% würde ich sagen, ja. Okay, was noch? Hast du Vicky einen Kommentar für ihre Story gegeben? Du und 91,1% der Spieler haben das? Okay, doch so viel, ja. Ah, hast du den Schützen am Doktor im Arm gebrochen? Ja, das ist aber eine knappe Entscheidung, aber ich hab's gemacht und 49,2% haben das ebenso gemacht. Wem hast du Falcone die Daten gegeben? Ja, 70% denken genauso wie ich und dann haben sie Jim Gordon gegeben. Also mit dem Arm finde ich übrigens immer noch nicht so schlimm. Wenn man sich die Filme anguckt, dann ist Batman sehr viel brutaler. Was hat Batman am Ende mit Falcone gemacht? Ja, der Polizei übergeben. Sie haben da sehr, oder ich hab da sehr im Sinne von Batman erklärt, sozusagen. So. Juhu, das war die Episode 1. Wie gesagt, wenn die Episode 2 dann rauskommt, wird es damit weitergehen. Bis dahin gibt's hier noch genug andere Videos, die man sich anschauen kann. Ihr könnt gerne abonnieren, liken und auch teilen oder mir Kommentare hinterlassen. Ansonsten sag ich Tschüss und wir sehen uns.